es kann man sie doch verarsch nein kommen die nein die kommen gar nicht mit ha stupid was gedacht ich muss ja gar nicht da auch wenn die nicht mitkommen das ding jetzt erwischen müsste eigentlich drauf gehen oder natürlich rennt jetzt weg okay so das war doch schon mal gut jetzt ist natürlich die frage der fragen kann ich die sprengen ja kann ich habe noch ein paar steine über ohne den schalter zu aktivieren scheiße wenn man den treffen würde ne scheiße jetzt habe ich den stein zu wenig oh nein es geht nicht fuck you okay und ab yes und miau 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 ach scheiße okay cool that worked haha mi stupid jetzt mal noch so eine aufladung hätte der letzte steiner great au 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 mein gesicht Jahren der letzte steiner die in der letzte trick die in der Okay, so Okay Yank oof glück up And we back of course and bam Das ist so cool Okay Also wir sind zurück am Anfang Ape wanted Nope, okay, gut, wenigstens geht das noch Opfer 7 Ähm Das wird kein gutes Ende nehmen Na gut, ich kann wegbangen Hoffentlich Okay, das wäre doch mal eine Maßnahme Guck mal Yes, erwischt Bisch Ähm, dummerweise Komme ich jetzt hier nur gar nicht hoch, ne That's stupid Ja gut, aber Da ist wahrscheinlich dann auch nichts Fuck Hang Wisch Und ab Moment mal, komm, das machen wir jetzt mal richtig hier Jetzt können wir nämlich übernehmen, haha Äh, fuck it Okay, komm Ist natürlich jetzt irgendwo fraglich Ob das Sinn gemacht hat, was ich hier gerade tue, ne Not sure Egal, wir rennen da rein Hang Ja Die Granaten könnten auf jeden Fall hilfreich sein Da holen wir nochmal welche Yes Waren hier nicht nochmal Geheimverstecke Wait a minute Ja, gute Mioink So Okay Gut, dann Get up Hier sind jetzt alle wieder da Das würde bedeuten, wir müssen dieses komplette Level backtracken Sehr sicher, dass wir das tun müssen Das klingt mal so rein gar nicht gut Okay, schauen wir mal Ah, ah Ja, okay So viel dazu Und Doggies, natürlich Fucking Doggies Also einfach durchrennen Aha, oh Ah, Big Set Okay, so einfach war es dann auch nicht So noch weiter durchrennen Aha Ja, doch Die schneeben wir auch mit Jetzt kümmern wir uns nämlich erstmal um alles Okay, Doggies dann schon mal weg Ah Mehr Doggies Fertig? Gut Alles klar So, das könnte funktionieren Hier haben wir auf jeden Fall schon mal für Ruhe gesorgt Das war blöd Möglicherweise Aber vielleicht auch nicht unbedingt Bye So Den haben wir schon mal gerettet So Dann Dann Können wir jetzt die anderen Sehr wahrscheinlich da drüben Auf jeden Fall alle retten Well, that's fucked up Okay Ähm Ah ja Okay Alles klar Stimmt Das Level war eigentlich relativ groß Wenn ich mich recht entsinne Slow, slow, slow Moment Waren hier nicht irgendwo auch diese Geheimgang-Dinger Ich glaube schon Okay Sind wirklich alle ersetzt Ich sag dir mal folgendes Das lutscht There is nothing Bish Okay Ah Okay, doch Hat geklappt Nix freeze Nimm das Ich hätte mir erst mal den Schalter Umlegen sollen Was ist das für einer da hinten Ah Yes, yes Also Ich kann ja eigentlich auch durchgehen Mit dem Was ist das für ein Typ da im Hintergrund Äh Nein Kann ich nicht Okay Hätte ja sein können But obviously I fucking failed Bye Ist so cool Dass man die so hart übernehmen kann Ne Dass die einfach alles machen Was du denen sagst Fuck it Get up Und bam Alles klar So, jetzt so mit Ihnen natürlich Not bad War das ein Fünfter Nee Ich dachte Das hat auf jeden Fall Wie dir Sinn gemacht Und ich hoffe Er gibt mir das jetzt nochmal Yo, yo, yo Yo, yo Yo, yo Und durch Ui What, meine Hose ist nass What are you talking about Na, da hat's n's zerlegt Das war's stupid Ah, da unten Wow Das hätte aber daneben gehen gehört Ne Achso Ich dachte Ich dachte Du hast mich eben Im Garten gesehen Rasen Sehen Okay Cool So, jetzt können wir die nämlich alle mitnehmen Okay Und tschüss Drei Stück Bye Oh, ja cool Jetzt habe ich dieses Explosion-Thingy Äh, ja Die Mine Lassen wir mal in Ruhe What up You're not sure what up Ja Easy Oh shit Ich habe einen platt gemacht Ne Jo Okay So Und reden Wenigstens nur einen geopfert Sind wir noch auf einem guten Weg Oder Einer fehlt noch Korrekt Was sagt mir diese Zahl da Doch, ich glaube, ne Waiow, waiow Ah fuck Au Versteckter kleiner Penner Wo er ist, ne So, gucken wir mal Okay Ein paar weniger Was soll ich dazu sagen Bob No Ah ja Okay, es bleibt Zu Das ist doch schon mal was wert Mommy Help me No Help What's up What's up bro What's up bro Okay Eine zu viel Egal Naja Elf Opfer Auch noch Okay Das war ja klar Fuck Und Platze lasse Nee Eigentlich nicht Ha marginal な und Untertitelung. BR 2018